Liebe Genossinnen und Genossen, herzliche Grüße hier aus Berlin von Lars Klingbeil. Ich habe als Generalsekretär viel mit Elisabeth zu tun und ich will euch dringend empfehlen, sie mit einem guten Votum in diese Bundestagswahl zu schicken. Elisabeth ist, seitdem sie in Berlin ist, hat sie ziemlich viel Eindruck gemacht, hat ziemlich viel Schwung reingebracht, hat immer wieder auch ihre Perspektiven, gerade aus ostdeutscher Sicht, vertreten, was ganz, ganz wichtig ist für eine Volkspartei. Und sie hat das sehr eindrucksvoll gemacht. Also sie bringt gut Schwung rein, auch als junge Abgeordnete. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für unsere Fraktion, dass Elisabeth wiedergewählt wird, dass sie auch der nächsten Fraktion angehört, dass wir beide dann Olaf Scholz auch zum Bundeskanzler wählen können. Also tut mir den Gefallen, schickt sie mit einem guten Start in diese Bundestagswahl und macht dann richtig Wahlkampf für Elisabeth, für Olaf Scholz und die SPD. Bleibt gesund, alles Gute und auf bald.